...den ich jederzeit dann benutzen könnte. Mhm. Ich sehe die Falle. Was haben wir hier? Dann entschärfen wir mal das. Die Tür geht nicht auf. Noch nicht. Oh. Damit switchen wir die Türen um. Okay, eine Heimtücke. Und sehr viel anderes Viehzeug. Das könnte jetzt interessanter werden. Hm. Das heißt, es wird erst mal wieder hochgebufft. So. Und dann kommt das Viehzeug. Gut. Blitzen. Frieren. Exekuten. Verspotten. Blitzen. Blitzen, du kleine Scheiße. Okay. Der erste ist weg. Passivheilung auf sie. Den da hauen. Den vor dir hauen. Den da. Schwer verletzen. Gut. Dann weiter auf den losgehen. Die Plage ignorieren wir jetzt mal kurzzeitig. Hm. Versuch mal, die Fähigkeit auf die Plage zu wirken. Gut. Baric heilen. Am besten gleich doppelteilen. Okay, die Plage, sie ist versteinert. Lyra, flamm die mal vor dir ab. Werbeck, hau einfach weiter drauf. Steingeschoss hinterher. Eiszapfen hinterher. Okay, Heilung. Könnte jetzt eine Weile dauern. Außer ich aktiviere mal das hier. Okay, das hat Lyra nicht getroffen. Mist. Ich versuch mal, den Hauch ein bisschen zu verlangsamen. Dann müssen wir erstmal das viel loswerden. Okay, Heilung geht wieder. Ich habe eine Weile mit Niederländen. Blitzt den mal. Hm. Au. Ich glaube, Lyra fällt gleich um. Das ist nicht so toll. Oh, mein Gott. All of the sudden. Bei Baric sieht es auch nicht gerade gut aus. Gut gemacht. Ja, ich glaube, wenn der Kampf rum ist. Ich habe es. Haha, zu easy. Müssen wir mal rasten. Okay. Das Vieh ist tot. Einmal rasten. Gut. Was immer da jetzt rauskommt, das dürften wir so hinkriegen. Denke ich mal. Ähm. Baric macht das mal alleine. Lyra. Wechsel mal auf Bogen. Bleib aus, du kleine Scheiße. So, bei Baric alleine übersteht das gut. Kampfhaltung. Ist gerade. Drei flüstern. Plus zehn ausweichen. Ausweichen. Äh. Plus zehn Genauigkeit. Okay. Bleib mal beim Ausweichen. Du hast schon leichte Stieflern, oder? Nö. Du hast was, könntest was Besseres anziehen. Du hast nämlich nur Stoffsander an. Wie sieht's bei Lyra aus? Hat sie was Besseres zur Zeit. Ich sollte vielleicht irgendwann mal auf schwere Rüstung gehen, aber da ist, dann geht meine Erholung halt kritisch hoch. Aber auch meine Rüstung. Will do. Gut, schnappen wir uns mal. Der Kristall dieses Lichtsäure geht offenbar auf Fackelschlüssel, die in diesen Altmauern gefunden wurden. So. Sesam, öffne dich auf dieser Seite. Und ne Falle. Das überlasse ich mal Lyra. Die braucht nämlich noch mehr Erfahrungspunkte, während Barrick und ich schon auf halbem Wege auf Level 10 sind. Krebs Lyra noch auf 8 rum. Ein Fisch und ein Schlüsselstein. Ergänzung zugefügt. Bresche zwischen Welten. Du hast den kalten Schlüsselstein gefunden. Mhm. Was hab ich dann eigentlich noch gefunden gehabt? Ach, den Stein der Erleuchtung. Ja, gut. So, als nächstes gucken wir hier rein. Oh. Oh. Falle entschärfen. Dann mal raus aus dem. Und wieder buffen. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Das trifft wahrscheinlich wieder nur Barrick, weil ich es falsch hinfahre. Außer ich reagiere schnell genug. Ich habe ihn. Du kannst ihn gleich begraben. Du buffst. Und tauntest. Du buffst auch. Und du blickst. Dingsst. So, du. Pass die Feinung auf Barrick. Und alle bitte erstmal auf den. Auf die Plage. Was auch immer du brauchst. Du hörst, ich gehe nicht woher. So, du merkst sicherheitshalber wieder die Waffe. Gut. Und wieder zurück. Das hat eigentlich recht gut funktioniert. Zum Glück. Da ist der östliche Bereich. Ja, die Rune sehe ich eigentlich noch nicht. Aber hier steht. Du siehst eine abgenutzte, verblichene Rune, die in der Wand eingelassen ist. Im Moment kannst du unmöglichen Ziffer, warum es sich bei dieser Rune handelt. Landrys Talent, Stimme der Ewigkeit ist erforderlich, um diese Zauberrune zu lernen. Na, das ist schön, dass ich darauf hingewiesen werde. Da drüben ist immer noch die Plage, die ich nicht erreichen kann. Ja, ich habe jetzt zwei Orte, die ich hoch könnte. Osten und Westen. Gut, da ist aufgesammelt. Das heißt, ich gehe erst mal... ...im Osten hoch. Wenn ich schon hier drüben bin. Und an die beiden Leuchtzeugen kann ich noch nichts machen. An den beiden. Das geht von der Gräuze. Eine kleine Truppe plagen. Ja, gut. Erstmal alle aufstehen. Dann alle buffen. Ich gehe gleich mal taunen. Oh, Falle. Au, 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 au. Gut. Diese Falle habe ich übersehen. Und die sollte ich vorher definitiv entschärfen. Heilige. Scheiße. Und ich sollte mir in meinem Notizbuch... Eintragen... Eintragen. Landry... Für... Für... Sig... ...Gill. So. Jo. Du willst mich zu sein? Ich habe es. Okay. Ich bin auf. Ich bin auf. Ist das worth a second glance?